endlich ist montag und nix passiert na klar heute ist feiertag in den staaten wir haben heute den tag der arbeit und dementsprechend arbeitet alles nur die börse nicht so richtig also wir sehen dass hier die indizes beziehungsweise die indizes eigentlich nicht die futures da drauf ihr seht das hier ym das ist ja der dow future der läuft ein bisschen aber guckt euch das an das ist der tageschart hier war der freitag noch und das ist heute also so wie eröffnet so wie freitag geschlossen so heute eröffnet so auch der aktuelle stand es gab ein bisschen bewegung zwischendrin aber im endeffekt netto sind wir aktuell auch dem gleichen stand also nicht wirklich was zu erwarten aus amerika zumindest mal keine frischen impulse die märkte für heute also da eher ein bisschen langweilig trotz alledem haben wir eine realistische chance dass die kurse sich nach unten bewegen ja zumindest mal das ist wirklich so dass die mindestüberlegung nachdem wir doch so stark hier nach oben gegangen sind dass wir jetzt in den nächsten tagen also heute wohl nicht mehr aber in den nächsten tagen hier irgendwie sowas korrektives hier runter bekommen es kann auch dreiwellig sein also a la a b c irgendwie sowas in der richtung dass wir hier noch mal hinlaufen das halte ich für durchaus realistisch normalerweise ihr kennt das ganze wir messen vom tiefsten zum höchsten punkt und dann in diese box rein mancher eine würde sagen naja da waren wir das stimmt das waren wir sogar korrektiv ich mache es mal ein bisschen größer vier stunden schaden noch mal korrektiv ist ja gerne eben dreiwellig aber es ist sehr symmetrisch und deshalb ist der verdacht dass wir was auch immer jetzt hier in den nächsten vielen stunden passiert noch mal einmal hier runter kommen ich lasse es bewusst so offen ich bin mir noch nicht so sicher ob er so runter geht oder ob er noch mal sagt komm einmal hoch geht noch dann gehen wir runter aber irgendwie sowas in dieser art das stelle ich mir vor dass wir irgendwo hier landen werden wer es jetzt gar nicht ablesen kann ihr könnt einfach die strecke nehmen vom 25 august bis zum letzten hoch ende des monats dann die hälfte in etwa die 38 20er die haben wir gesehen aber aufgrund der struktur dieser bewegung würde ich mich nicht mal wundern wenn er dann noch mal ein bisschen tiefer geht ob er das tut weiß ich nicht aber nehmen wir mal er macht es dann wäre hier wieder neu zu gucken das ist wer es in zahlen braucht 34.620 ziemlich genau beim dax nicht beim dax beim dow future hier den september kontrakt wäre hier die tiefmarke da wird dann wieder überlegt ob die marktteilnehmer sagen hier komm jetzt ziehen wir es auch durch oder ob die marktteilnehmer sagen ach komm das taugt doch alles nicht wir gehen direkt nach unten wir haben es ja mehrfach nun miterlebt und gehört eigentlich die auch die die technischen bedingungen oder die fundamentalen bedingungen sind gar nicht so gut jetzt kommt noch dazu dass manch ein saisonalist vielleicht sagt bleibt mir bloß davon mit käufen jetzt im september oktober das ist mir viel zu gefährlich da haben wir zu viele schreckliche börsen schon gesehen da halte ich mich eher zurück also würde mich gar nicht mal wundern wenn der kurs noch mal runter geht und das passt ja auch in das was wir seit kurzem haben hier beim dow jones dadurch dass der tiefer gegangen ist als das dass das alles nicht mehr gut aussieht und ich sage mal die freche erwartungshaltung hier irgendwie darunter noch mal irgendwie sowas in der richtung kann noch tiefer sein ist vielleicht gar nicht so konkret jetzt hier gemacht aber irgendwie sowas in der richtung ich mich nicht mal wundern ist kein versprechen dass das passiert aber es würde ja mit den angedachten eher schwierigen situationen an den von der fundamentalen seite sein durchaus passend sein was war das mit dem fundamentalen naja die ganzen indizes isim fila filifed sowas in der richtung geldmengenwachstum auch wenn das mal eine pause war so ein bisschen also das negative geldmengenwachstum muss man ja sagen trotz alledem viele auch gerade von der seite des großen geldes jörg hatte sich dazu ja auch schon mal geäußert als das vertreter des ganz großen geldes naja eigentlich rechnet rechnen wir eher damit das noch mal runter geht es muss jetzt nicht exakt diese marke sein das sag ich jetzt als charttechniker aber abwärts naja wir müssen das wohl noch mit einkalkulieren dass das passiert ein bisschen einkalkulieren sowieso also das bild definitiv und ob es dann von diesem niveau was ich genannt habe dann dreht das werden wir dann sehen aber bis dahin werden wir noch mal sprechen morgen gibt es ja spätestens neues update dazu und dann können wir ja mal gucken wie es bis dahin oder dann in den nächsten stunden darin aussieht aber vorläufig finde ich das alles noch nicht so richtig für die käuferseite da wäre ich also noch sehr sehr vorsichtig was das angeht gucken wir uns beim s&p an beim s&p bin ich das kurze bild angucke jetzt hier auch noch mal so ein bisschen in freitag da gehen wir relativ zügig runter auch wenn die art und weise mit dem wackeln zwischendurch sicherlich ein bisschen fraglich ist das ist aber jetzt auch noch nicht so richtig voller begeisterung jetzt allerdings im feiertags modus aber auch da würde mich jetzt eine korrektur gar nicht wundern selbst wer super bullisch ist könnte sicherlich damit leben dass es als nächstes zumindest das hier passiert ja also selbst bullen werden wahrscheinlich nicht beleidigt wenn der kurs so etwas macht das heißt die bären sagen sowieso ach komm ihr habt keine ahnung der kurs muss noch kilometer nach unten stürzen ja 4300 4200 wäre ja im großen immer noch das bullische bild so aber auch im kleinen würden die bullen sagen naja gut da müssen wir nicht pingelig sein wenn der kurs mal das macht das heißt wir haben sowohl für die bären die chance für nach unten und auch die bullen die jetzt sagen ein bisschen lassen ihn doch mal ja also insofern dass es sicherlich nicht das beste zeichen um massiv auf der bullischen seite zu sein ich finde es im moment nicht die optimale seite zumindest mal bei den indizes bei einzelnen titeln wisst ihr machen wir das so dass wir die einzelnen titel in aller einzelnen bewerten und dann entsprechend auch laufen lassen das ist keine frage aber der index der breite markt die masse des marktes die scheint im moment mindestens mal im pause modus zu sein und ob der dann übertreibt das heißt übertreibt aber eben noch mal ein gutes stück tiefer geht 4300 4200 oder ob er dann hier den den rappel kriegt und tatsächlich umdreht auch hier wieder so halbe strecke vielleicht 4450 in etwa das werden wir dann sehen aber das werden wir in dem nächsten nachmittags updates dann noch mal gucken also die längerfristigen bullen müssen sich nicht zieren anhand dieses rücksetzers da ist noch nichts schlimmes passiert die ganz langfristigen bullen so die enkelkind trader die müssen auch bis dahin noch keine sorge haben nur wenn er dadurch geht dann öffnen sich die türen ganz schnell noch mal unter 3500 aber das müssen wir jetzt noch nicht besprechen solange er oberhalb bleibt ist das ein szenario was auch gilt und möglich ist aber es sind genauso die aufwärts szenarien charttechnisch noch machbar vielleicht da der punkt dass man als fundamentalist noch mal sagt aber meinst du wirklich na gut also ich bin charttechniker ich gucke auf das was die marktteilnehmer machen und das sieht noch nicht nach drama aus aber vorläufig zumindest mal nicht sehr motivierend für die käuferseite so warum machen wir das ganze wenn doch heute eh feiertag ist ja die frage ist nicht ganz unberechtigt aber da ich freitags mit euch nicht auf den chart gucken konnte will ich das jetzt zumindest mal mit euch ein bisschen anschauen hier hatten wir noch ein trade des tages aktuell jetzt vielleicht gesehen denn nasdaq schaut euch an der wird da habt ihr genügend vorbereitungszeit ich vermute dass der heute gar nicht mal unbedingt triggert müssen wir mal schauen ob es was wird aber ich habe ihn euch vorgestellt habe ihn euch ja mit unseren marken die wir haben hier also eine realistische chance dass man daraus was machen kann aus der aktuellen situation was es genau ist das habe ich benannt das müssen wir jetzt hier in dem video nicht unbedingt noch mal machen so also insofern auch hier besteht die chance dass es noch mal tiefer geht also ich würde mich gar nicht wundern wenn er irgendwie sowas macht das würde dem auch die sessionalität wahrscheinlich genüge tun dass man so wird und geht doch noch mal runter bis in september irgendwie rein notfalls bis in oktober und anschließend gehen wir dann weiter nach oben also das würde durchaus passen jetzt massiv zu shorten im kleinen sieht man es noch nicht im ganz kleinen fairerweise muss man sagen der freitag war nicht impuls das sieht eher dreiwellig aus ich mache noch mal freitag ein bisschen größer das jetzt bei den indizes bei allen gleich das war so der freitag das war vor also die arbeitsmarktdaten die kamen hier raus dann schoss er ja erstmal in die höhe und seit der höhe ist ja im wesentlichen a b c runtergegangen hier gibt es noch so einen kleinen schlenker wäre aber auch überschneid naja gut aber wenn wenigstens das ist das wirklich überzeugend bei den anderen war es weniger überzeugend hier würde ich es ja noch einigermaßen zugestehen wir hatten in den letzten tagen das schon häufiger dass da und s&p nicht ganz so überzeugend war nasdaq relativ stark noch aussah also da würde ich noch gar nicht sagen dass die letzte chance schon durch ist ich würde aber im konzert der indizes eigentlich am liebsten sehen kommen dann mach halt noch mal das tief dann sind die ganzen doofen bären befriedigt vorläufig zumindest mal und dann mach halt eine jahresend rallye und nach uns die sinnflut ob er dann von dort richtig oder nur ein bisschen runter kommt das entscheiden wir dann anfang des jahres also wenn ich mir was wünschen darf dieses szenario jetzt nicht dass ihr den falschen eindruck habt an der börse wird auf mich nicht rücksicht genommen also wünsche werden jetzt von mir nicht bevorzugt beantwortet oder erfüllt aber das wäre jetzt etwas was durchaus in alle bilder so halbwegs reinpasst da wären zumindest vorläufig die bären erstmal zufrieden was bis dahin da mit den notenbank passiert ob diese dann sagen ja komm jetzt hören wir doch auf kann ja alles sein dann hätten wir viele fundamentale faktoren mit abgefrühstückt werden die saisonalisten mit an bord wir hätten hier unsere unsere freunde der charttechnik mit an bord ich sag mal das hätte so ich zeichne es noch mal ein so in etwa den größten konsens in der breiten masse also das ist etwas was ich mir vorstellen kann nicht immer erfüllen sich meine vorstellung dann die jahresend rallye dann sind die auch wieder alle glücklich und wie gesagt dann dann haben wir neues allzeit hoch dann steigt der nachbar auch long ein dann steigen die großen alle wieder aus und danach kommt vielleicht irgendein drama ob das ein großes oder kleines drama ist das wird man da mal gucken was die saison so zu bieten hat aber das nur mal so als anregung als orientierung jetzt also short nee also nicht jetzt so blindlinks klar den handelsansatz den ich euch hier jetzt beschrieben habe da habe ich euch die marken vorgegeben für die entsprechende idee aber ansonsten jetzt hier pauschal auch das fand nicht aber sympathisch was sie hier gezeichnet hast mit der blauen linie dann gehe ich jetzt mal short bin ich gar nicht so ein großer freund davon weil noch sehe ich nicht dass die markteilnehmer hier auf schwäche sind ich finde das zwar vernünftig fände das voll nachvollziehbar aber ich sehe noch nicht dass die markteilnehmer hier aggressiv auf fallen unterwegs sind und wenn die anderen nicht auf fallen setzen dann finde ich es dann doof wenn ich sage na ich weiß es aber besser ich gehe schon mal short also seid ihr ein bisschen zurückhaltend übertreibt da nicht und lasst die anderen mal erstmal machen sprich wackelt der jetzt hier runter naja dann notfalls halt noch mal long hier was soll es denn wenn das halt korrektiv ist und das halt sehr stark ist dann ist halt die aufwärtsrichtung aber wenn der jetzt hier mal beschleunigt runter geht und dann vielleicht sogar nur die aufwärtsrichtung korrektiv ist also ich unterscheidbar sagen kann das ist stark das ist schwach dann haben wir das und dann wäre das für mich so eine trigger situation so eine variante wo ich sagen kann jawohl das passt jetzt zu meiner idee die anderen haben es jetzt auch gesehen jetzt mache ich mit vorher ist das bisher nur eine idee das ist ganz wichtig weil viele haben ganz clevere ideen die sagen dann ja aber müsste das nicht eigentlich finde ich super und ich kann es auch nachvollziehen das nützt ja nichts wenn sie nicht machen ja immer das doofe an der börse man kann ja recht haben man kann ja auch eher richtig liegen und eine viel bessere einschätzungen haben als die anderen aber geld wird nur verdient wenn man halt das macht was die anderen machen das ist halt das blöde ja und das ist nicht immer vernünftig ist auch nicht immer nachvollziehbar einige sagen ja verstehe ich überhaupt nicht will ich auch nicht das habe ich aber längst aufgegeben dass ich das immer verstehen will ich gucke halt was die anderen machen und versuche mich sobald ich da irgendwie was erkenne dann zu sagen ja gut dann halt mal halt ja also das so als vielleicht als kleine orientierungshilfe ich weiß das ist ein bisschen bla bla quasi offen gesprochen aber für viele die sich immer fix orientieren an einer idee und an dieser idee dann festhalten weil sie die bessere ist wahrscheinlich sogar die bessere ist also von der logik her aber trotzdem dann nicht glücklich sind weil die anderen marktteilnehmer einfach zu doof sind das zu kapieren und in die andere richtung galoppieren deshalb ist das wichtig löst euch von dem gedanken ist völlig wurscht was richtig oder falsch ist entscheidend ist was machen die anderen marktteilnehmer das ist immer mit im hinterkopf behalten so einen echten konkreten trigger habe ich jetzt hier nicht vielleicht gibt es am morgen wieder einen jetzt heute ist feiertag deshalb lasst uns mal auf den dax switchen der wird zwar heute auch vor lange weile gefeiert werden vermutlich mal da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozent sicher was sache ist eigentlich hätte ich ja gerne noch mal dass er tiefer geht das würde dann ja durchaus zu nasdaq und co passen nasdaq da und co dann soll er halt auch noch mal ein bisschen tiefer gehen nicht zu tief wir hatten ja mal ausgelobt 4.000 4.000 4.000 nein 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 15.400 15.300 zur not die 200 noch aber dann bitte nicht mehr tiefer alles was darüber ist es noch in ordnung wenn er dadurch geht durch das ding befürchte ich weiß ich nicht aber befürchte ich wenn wir da also diese was haben wir gesagt die 4.100 marke durchstoßen dann befürchte ich geben wir auch noch mal hierhin also 14.000 ist sehr realistisch dass wir die dann erreichen das heißt die tausend punkte kann ich mir dann noch mal sparen da lieber dann wahrscheinlich rausgehen und wenn man doch falsch liegt und der markt wieder umdreht naja dann wird man wahrscheinlich auch wieder eine einstiegsmöglichkeit kriegen so aber was wollen wir von abwärtsseite reden also von der großen soweit ist es ja noch nicht wir sind ja ja noch safe das hat sich noch nichts daran verändert wir sind im moment auf dem weg nach oben aber so wie wir nach oben sind ist das maximal korrektiv so sieht es aus wenn der markt korrektiv unterwegs ist ja also wir hatten hier vorne immerhin etwas das sah sehr dreiwellig aus jetzt haben wir hier irgendwie sowas vielleicht geht es jetzt ja wieder dreiwellig hier noch mal runter das kann ich mir sehr gut vorstellen würde also ein klassisches verlaufsmuster darstellen würde ja dann auch passen mit den amerikanischen märkten vielleicht macht er auch noch zwischendurch wenn die märkte jetzt doch noch nicht so schwach sind nochmal das auch dann kann er von da ist ja immer noch korrektiv dieses muster woran könnte man das erkennen naja wenn diese gegenbewegung und diese gegenbewegung überschneidend sind also dreiwelligkeit ist häufig ein zeichen für falsche richtung und überschneidung kurz überschneidung ich sage manchmal überlappung der korrekturen ist häufig ein falsches zeichen also ihr seht also auch wenn er noch mal ein bisschen weiter steigt das hatten wir in den anderen in amerikanischen märkten auch ich bin noch nicht überzeugt dass das jetzt so ein richtig geiler käufer markt ist dafür ist mir das hier irgendwie noch zu suspekt ich mag völlig falsch liegen aber so richtig toll ist es noch nicht aus meiner sicht behaltet da mal ein bisschen ein auge drauf jetzt mache ich doch noch mal ein bullisches bild das bullischste bild wäre wir hätten hier sowas wie ein leading gegenbewegung hier hätten wir jetzt die erste der dritten die zweite der dritten und es geht dann steil nach oben weiter eine entry möglichkeit wäre dann sogar diese hier ist das eine für mich nein ich würde die nicht handeln oder werde die auch nicht handeln warum nicht weil die gefahr dieses trendkanals mit diesen überschneidungen vorne leading hat eine wahrscheinlichkeit von unter 15% ich müsste also sagen bullisches bild ist möglich aber die wahrscheinlichkeit dafür ist so unter ausgeprägt von den typischen verlaufsmustern dass ich nicht darauf setzen möchte naja ist nicht sehr typisch ist eher weniger wahrscheinlich das ist es jetzt bestimmt das finde ich nicht so clever deshalb ist das für mich auch wenn das passieren könnte also es ist nicht unmöglich 15% trefferquote ist 15% trefferquote aber ich finde es nicht so smart zu sagen ah das ist selten das ist es bestimmt jetzt hier also insofern meine voraussetzung ist aktuell zumindest noch mal teilzeit bär ob wir wirklich mit etwas ganz schlimm rechnen müssen das weiß ich noch nicht also im moment müssen wir aber damit rechnen dass es in den nächsten tagen dann nochmal runter geht heute glaube ich wird nicht mehr so arg viel passieren der dax macht auch gleich zu da passiert dann nicht mehr so viel impulse aus amerika kommen auch nicht also ich denke heute ist vielleicht mal so ein tag nicht nur dass der markt mal eine pause macht sondern vielleicht auch mal selber oder eben so machen wir das die vorbereitung für die nächsten trades mal die aktienmärkte durchsuchen vielleicht die währungsmärkte durchsuchen ob es da gute situationen gibt die man dann für die nächsten tage schon mal im hinterkopf oder sogar schon vorbereiten kann in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute ganz liebe grüße bis zum nächsten mal ja